Hi, heute würde ich euch gerne heute mein allererstes Skizzenbuch vorstellen. Und das war nämlich dieses hier. Ich finde das nämlich halt echt immer cool, wenn man die Skizzenbücher von anderen Künstlern sieht. Und das inspiriert mich halt auch. Und deswegen möchte ich euch heute auch gerne mal meins vorstellen. Vielleicht kann ich ja auch dadurch andere Leute inspirieren. Ich kann euch leider jetzt nicht mehr sagen, was das genau für ein Buch ist, weil es schon zu lange her ist, dass ich es gekauft habe. Ich weiß nur noch, dass ich es bei Karstadt ersteigert habe. Ich habe das Skizzenbuch verwendet vom 27.05.2016 bis 2018. Also schon ziemlich lange eigentlich. Das ist die erste Seite. Ich weiß noch, dass ich das aus einem Tattoo-Heft habe, wo so eine Ausstellung aus Tattoos war. Ja, aber kann ich jetzt angucken, dazu sagen. Genau, also zu manchen Bildern kann ich halt auch nicht so viel sagen. Da habe ich einfach so versucht, Blumen zu üben. Aber heutzutage würde ich das auch komplett anders machen. Wenn ihr sehen wollt, was ich ansonsten mache, dann checkt hier mal meinen Instagram-Kanal aus. Ja, das sind halt immer solche Aufwärmübungen, die ich anfangs immer gemacht habe. Also manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr anfängt zu zeichnen, dann ist das Handgelenk oder die Finger manchmal so ein bisschen steif. Und um das halt aufzulockern, dann macht man halt immer diese Acht. Und dann wird man halt im Handgelenk ein bisschen lockerer. Genau. Genau, Handstudien. Ich weiß noch, als ich das gezeichnet habe, da habe ich auf die Bahn gewartet, als ich nach Hause fahren wollte von der Schule. Und da kam so ein Typ zu mir und meinte so, oh ja, das finde ich total toll. Und ich weiß nicht, aber irgendwie war diese Begegnung mit diesem Typen mega creepy. Und seitdem erinnert mich das daran. Ja. Und das hat meine Freundin gezeichnet. Sie meinte so, ja, das ist voll einfach so Kunst und so, gib mir mal dein Skizzenbuch. Ich zeige dir, wie das richtig geht. Und dann hat sie halt das gezeichnet. Sie wollte so eine Haus-Ecke, Häuser-Ecke machen. Hat dann halt nicht so geklappt, wie sie wollte. Und dann habe ich so für sie so den Motivationsspruch, so gut und super schön und so. Da habe ich wieder auf die Bahn gewartet. Mir fällt gerade auf, dass ich zu dieser Zeit eigentlich schon Urban Sketching gemacht habe. Auch wenn man das damals noch nicht so genannt hat. Aber zu den ganzen Urban Sketching-Sachen und so, da kommen wir in einem anderen Video nochmal zu. Also da gehe ich nochmal separat drauf ein. In dieser Zeit, wo ich dieses Skizzenbuch geführt habe, war ich Uhrmacherin. Und zwar drei Jahre lang. Und der ganze theoretische Kram war halt alles schulisch und so. Und da habe ich mich da halt auch inspirieren lassen von meiner Ausbildung und so. Und deswegen werdet ihr in diesem Skizzenbuch sehr viel Uhrmacher-Kram finden. Und das ist zum Beispiel eins davon. Und zwar soll das eine Ankerhängung darstellen. Die ist dafür da in der Uhr, dass das Räderwerk, wenn man die Uhr aufzieht, dass es nicht einfach abläuft. Also dass die Uhr nicht abläuft. Hier hinter ist dann halt auch immer so eine Pendelfeder befestigt, wo das Pendel drin hängt. Und dadurch, wenn dieses Rad weiterläuft, entsteht halt immer dieses typische Klacken der Uhr. Also dieses TAK, TAK, TAK. Dadurch entsteht das halt. Da habe ich versucht, meinen Schuh zu zeichnen. Das war auch in der Uhrmacher-Klasse, wo ich halt Pause hatte, habe ich das gezeichnet. Auch Urban Sketching wieder. Da war ich, ich weiß noch, ich habe so lange gebraucht für dieses Bild. Ich glaube, ich war da zwei Stunden oder sowas. Aber Perspektive ist mal wieder Ciao mit Fauna. Würde heutzutage auch komplett anders wieder bei mir aussehen. Ein Uhrwerk, das ich gezeichnet habe. Genau daran haben wir halt zu der Zeit daran gearbeitet. Ich weiß noch, dieses Räderwerk hat mich so abgefuckt, ey. Ich kann euch ja mal hier ein Bild einblenden, wie normalerweise diese Uhren aussehen. Genau. Da haben wir halt mit Stahl gearbeitet. Und dann entstehen so, wenn man an einer Drehmaschine dreht, entstehen so Stahlspäne. Und dann habe ich die halt so zu so einem Haufen zusammen gemacht und habe den halt abgezeichnet. Und dann habe ich mir halt überlegt, irgendwie ist das niedlich. Und dann soll der halt noch so einen Partner kriegen, in den er sich verliebt. Und dann habe ich halt so meinen eigenen Charakter quasi erstellt. Oh, ich liebe dieses Bild. Das ist einfach echt cool. Da waren wir bei einer Kunstausstellung und da war so ein ähnliches Bild von einem Künstler. Und ich weiß nicht, das hat mich so inspiriert, dass als ich nach Hause gekommen bin, dass ich das versucht habe, so quasi in meine Interpretation so einzubinden. Und ich finde das immer noch cool, das Bild. Ja, abgezeichnet von Pinterest. Erkennt man sofort, weil das überhaupt nicht mein Stil ist. Aber okay. Da habe ich wieder auf die Bahn gewartet. Ich weiß noch, das habe ich im Sportunterricht gemacht, als ich krank war und nicht mitmachen konnte. Auch einer meiner absoluten Lieblingsbilder in diesem Skizzenbuch. Das ist einfach Harry Potter Fanart. Ich würde es tatsächlich aus heutiger Sicht noch besser finden, wenn diese Schrift so ein bisschen nach hier so wäre. Dann wäre es eigentlich noch perfekter, aber ich bin immer noch eigentlich sehr zufrieden damit. Ja. Einfach irgendwelche random Sketches. Ja. Das ist so Fanart aus Uncharted. Und zwar Nathan Drake zeichnet halt immer so ab und zu was in seinem Skizzenbuch, wenn er irgendwelche Sachen hat, die ihn so inspirieren. Und da war halt auch einmal so eine Szene drin, wo er in dieses Loch so reingreift mit der Hand. Und er sagt so halt so, dass es sich irgendwie da drin schleimig anfühlt. Und er zeichnet dann halt so, was da drin sein könnte von diesen ganzen Optionen. Ja, das fand ich auch irgendwie lieblich. Das war halt auch ein ganz besonderes Bild. Und zwar hatte ich mich an einer Kundenschule beworben. Und ich hatte denen halt mein Skizzenbuch und meine Mappe gezeigt. Und sie meinten so, ja, das sieht schon ganz gut aus, aber es wäre noch besser, wenn du mit verschiedenen Medien in deinem Skizzenbuch arbeiten würdest. Zum Beispiel mit Kugelschreiber. Dann habe ich halt versucht, mit Kugelschreiber zu zeichnen. Aber es ist überhaupt nicht meins. Also, nee, ich mag das einfach nicht. Das ist eine Drawing-Seption. Also, von mir, wie ich ein Bild in einem Bild zeichne, fand ich auch ganz, finde ich auch immer noch ganz witzig. Genau. Da habe ich versucht, mein eigenes Alphabet herzustellen. Habe ich nie zu Ende gemacht. Hatte ich keinen Bock drauf, das zu Ende zu machen. Auch wieder random. Das war die Zeit, wo ich das gemacht habe, wo es richtig anfing mit Pokémon Go. Wo das sehr richtig abgegangen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Pokémon-Vibe nie gefühlt. Aber ich habe mir halt so ein paar Pokémon rausgesucht und habe sie versucht, so abzuzeichnen, wie ich niedlich fand. Aber ganz ehrlich, Pokémon ist nicht meins so. Auch so eine Skizze, die ich nie weitergeführt habe. Mein eigenes Charakter-Design von Obst, was ich gemacht habe. Das finde ich auch immer noch ganz lustig. Ja. Das weiß ich auch noch, dass ich... Wir sind irgendwie unterwegs gewesen in irgendeinem Hotel. Und da habe ich das abends gezeichnet. Und ich habe da so viel rumradiert, dass überall in meinem ganzen Bett diese Radiergummischnipsel oder diese Radiergummischnipsel verteilt waren. Ja, das war nicht so geil. Genau, das habe ich auch wieder im Hotelzimmer irgendwo gezeichnet. Also manchmal weiß ich halt auch nicht mehr genau, wo in welcher Location ich das gezeichnet habe. Aber ich weiß noch, dass ich da irgendwo unterwegs war. Und solche Gänse und so finde ich halt auch irgendwie niedlich. Und genau, da habe ich so ein bisschen versucht, das so darzustellen. Und hier, ich fand sie guckt so ein bisschen schnippisch. Und dann habe ich hier halt oben drüber geschrieben. Wenn you kill me, you burn in hell. Das fand ich auch ganz witzig irgendwie. Genau, auf der nächsten Seite hier, das ist die Kamera von meinem Vater. Der hatte sie mir an diesem Tag ausgeliehen. Und ich habe die dann halt auf mein Bett gelegt und habe versucht, so ein bisschen abzuzeichnen. Das war verkackt, aber richtig. Das war halt, saß ich halt hinten im Auto und habe versucht, mein Vater und seine Freundin zu zeichnen. Hat leider auch nicht so gut funktioniert. Aber man übt ja immer wieder, immer weiter quasi. Eine Aquarellskizze, die ich auch noch zu Ende gemacht habe. Da war ich in Michel, St. Michaelis in Hamburg. Und auf dieser Kanzel steht halt dieser komische Engel. Ja, hat auch nicht so funktioniert. Es wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn ich diesen Kopf einfach weggelassen hätte. Also, wenn ich nicht versucht hätte, dieses Porträt zu machen. Da habe ich angefangen, als Aushilfe bei Karstadt zu arbeiten. Und das war in meiner Pause, die ich hatte. Da bin ich ganz nach oben gefahren, mit dieser Rolltreppe. Und hier ist halt, ja, man kann schon sagen, so eine Fressmeile. Und ich habe mich dann halt hier so hingesetzt, habe versucht, so ein bisschen zu zeichnen. Aber ich war zu diesem Zeitpunkt leider schon von der Arbeit so erschöpft, dass es nicht so geklappt hat, wie ich wollte. Das war auch in meiner Pause. Diese Uhr habe ich von einem Karstadt, oder ich habe bei Karstadt gearbeitet. Aber ich war eigentlich bei Barrewa, habe ich gearbeitet. Das ist halt so eine Firma, wo man halt so Servicearbeiten vor Uhren macht. Da habe ich diese Uhr vom Mitarbeiter geschenkt gekriegt. Weil ein Kunde wollte diese nicht mehr haben. Und hat sie halt bei uns einfach liegen lassen, obwohl er sie zu uns gebracht hat. Und sie hat auch nicht mehr funktioniert, weil man sie nicht reparieren konnte. Und ja, dann habe ich sie einfach geschenkt gekriegt. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist zwar ein Handy-Mobile-Game, was ich gespielt habe. Sword of Chaos hieß das. Und ich habe das halt echt total gerne gespielt. Und dann kam halt dieser Moment, wo ich dafür bezahlt habe, für das Spiel. Und dann auf einmal wurde ich aus dem Spiel rausgekriegt. Und ja, mein ganzer Spielspann ist dann einfach alles gelöscht. Und ich war so was von hart depressiv, dass ich gesagt habe, ja, fuck off, ey. Genau. Das waren halt die ganzen, so ein schracker Charakter aus dem Spiel. Schaut euch diese Blume an. Ist die nicht niedlich? Ich finde die so süß. Süß. Genau, das habe ich einfach aus meinem Kopf gemacht. Ja, das habe ich wieder in den Zug gemacht. Und hier habe ich zu Weihnachten ein Kunstbuchgeschenk gekriegt. Und da waren halt so Beispiele drin, wie man Pflanzen und Bäume vereinfachen kann. Und das hat mich halt so inspiriert, dass ich die halt hier so gezeichnet habe. Und dann halt noch dazu geschrieben habe, was das für ein Baum ist. Habe ich halt so versucht, verschiedene Wolkenarten mir rauszusuchen. Das, finde ich, ist auch noch einer meiner Lieblingsbilder hier drin. Ich finde die so schön. Auf Finger gut. Oh mein Gott, Leute. Dieses Bild, das war ein absoluter Fail. Das war ein richtiger Fail. Dieses Bild war einfach so der Mega-Fail, weil ich habe hier versucht, den Eisdrachen von Yo-Gi-Yo zu zeichnen. Also Yo-Gi-Yo bin ich halt auch überhaupt nicht so im Thema. Aber ich hatte das irgendwo gesehen und dachte so, boah, das wäre mega cool. Ja, es hat leider nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ich kann euch ja mal ein Bild einblenden, wie der ursprünglich aussah. Fanart wieder von Helen Potter. Wieder eine Uhr abgezeichnet. Diesmal war das eine Taschenuhr von Davosa. Habe ich auch in der Pause gemacht von der Uhr-Macher-Klasse. Einfach random irgendwelche Gesichter versucht zu zeichnen. Das ist eigentlich ganz gut geworden für mich. Aber irgendwo fängt man ja immer mal an mit dem Zeichnen. Das war die Bohrmaschine, die wir bei uns in der Uhr-Macher-Klasse hatten. Ich finde dieses generell, dieses Maschinelle und Industrielle, finde ich mega interessant. Und das hat mich halt so mega fasziniert, dass ich das halt in meinem Skizzenbuch verewigen wollte. Das war so eine Frau, von der ich einmal geträumt habe, in irgendeinem Albtraum. Und ich weiß nicht mehr, worum es in diesem Traum ging. Aber ich weiß noch, dass sie so einen Apfel im Auge stecken hatte. Und so komische Tentakeln um den Mund herum. Auch wieder random irgendeine Seite. Wie eine Skizze, die ich nicht wieder verendet habe. Das war ein Politikunterricht. Und ich weiß noch, wir haben über Pazifismus gesprochen. Und da habe ich das halt gezeichnet, was mir am ehesten zu Pazifismus eingefallen ist. Und zwar dieser komische Monster mit drei Köpfen. Hier habe ich meinen Arbeitsplatz gezeichnet. Und zwar haben wir da an der Drehmaschine gedreht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also das ist halt diese Drehmaschine hier. Also das hier. Und hier ist ein Riemen, der an der Spindel befestigt ist. Der Riemen dreht sich und dadurch dreht sich halt das alles. Also dieses ganze Teil hier. Hier vorne ist das Werkstück eingespannt. Und das ist ein Support, heißt das Teil. Und wo hier da oben der Drehmeister dran hängt. Und man dreht halt immer hier an diesem Werkstück drumherum. Und dadurch wird es halt immer kleiner. Und hier an dieser Kurbel dreht man halt. Dann kann man mit diesem ganzen Teil hier da dran fahren. Ich weiß nicht, ob ich das verständlich erklären kann. Aber ich versuche mein Bestes. Ja, wieder ein Mobile Game, was ich zu der Zeit häufig gezockt habe. Habe ich auch so versucht, meine eigenen Entwürfe zu machen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut hier. Den Schuh habe ich übrigens immer noch. Die Hand ist so ein bisschen verkackt. Deswegen habe ich das auf der anderen Seite versucht, hier nochmal zu machen. Und es ist so cute. Dieser Baum ist so niedlich. Ja, das war wir im Politikunterricht. Da sollten wir eine Karikatur von einem politischen oder aktivistischen darstellen. Und ich habe mir halt dieses Thema Atomkraft ausgesucht. Und wo der Müll halt hingebracht wird am Ende. Genau, und dann sieht man halt, dass dieses Radioaktive halt ausläuft. Und dieser Baum denkt nicht so scheiße. Und verliert halt die ganzen Blätter. Genau. Das ist eine der wenigen Male, wo ich wirklich was aus meinem Skizzenbuch rausgerissen habe. Also ansonsten habe ich das nie gemacht. Aber dort habe ich es gemacht. In diesem Skizzenbuch habe ich tatsächlich Seiten rausgerissen. Und das war halt auch so etwas, was ich auch wieder in der Pause gemacht habe. Das mag ich halt immer noch sehr gerne. Muss ich zugeben. Es hat auch nicht irgendeine Bedeutung. Es ist einfach nur nett anzusehen. Genau, solche Alien-Augen. Ich weiß nicht, ob man das hier gut erkennen kann. Aber es soll wieder meine Ankerhemmung darstellen. Diesmal in einer technischen Zeichnung. Und das Zeichnen hat mir in der Berufsschule mega Spaß gemacht. Aber es war halt alles mit Mathe ausrechnen. Und wie berechne ich welchen Winkel und so. Und ja, daran hat es halt leider bei mir gelegen. Wenn man das so jetzt sieht, denkt man, oh ja, ist ganz gut geworden und so. Aber wenn man das hier so sehen kann, hier, diese Achsen, also die sollten eigentlich genau aufeinander laufen. Tun sie aber nicht. Also hier, hier. Hier zum Beispiel auch. Da eigentlich perfekt alles aufeinander sein. Aber technisch zeichnen ist halt auch eine Kunst für sich, finde ich. Und es ist Assassin's Creed Fanart. Also einmal Black Flag und einmal Syndicate. Genau. Da haben wir in der Schule einen Film geschaut. Also in der Urmacherklasse. Und ich mochte die überhaupt nicht. Deswegen habe ich halt die ganze Illustration hier gemacht. Da waren wir, ähm, da war ich mit meinem Vater und seiner Fräule unterwegs. Da sind wir mit einer Fähre gefahren. Das weiß ich noch Richtung Schweden. Da haben wir auf eine andere Fähre gewartet. Und ich habe hier versucht, so verschiedene Texturen in so Blöcken darzustellen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Obwohl, die Idee hätte ich auch noch mal, Lust das noch mal zu machen. Genau, das war auch auf einer Fähre, mit der wir gefahren sind. Ich weiß nicht, da sind wir sehr lange mitgefahren. Eine Stunde ging das irgendwie oder sowas. Leider weiß ich nicht mehr, welche Fähre das genau war. Aber na gut. Diese Skizze würde ich überall wieder kennen. Und zwar ist das die Eiskathedrale in Tromsø in Norwegen. Und ja, das ist einfach eine Kirche. Und ich finde die halt so interessant, also von der Architektur her und sowas, dass ich die halt unbedingt abzeichnen wollte. Und ich weiß hier, also hier in der Nähe so, ich kann ja vielleicht mal hier oben ein Bild einblenden, ist halt so eine Brücke. Und das ist die einer mit der höchsten Brücken in Norwegen. Und die würde halt auch die Selbstmörderbrücke genannt, weil sich so viele Menschen dort heruntergeschmissen haben. Und deswegen haben sie über die Brücke so einen Käfig rübergebauscht, damit halt keiner mehr runterspringen kann. Was für eine tolle Story am Rande. Genau. Das fühle ich halt auch noch hart, ne? Das finde ich auch echt toll. Anobis. Ich weiß nicht, was ich hiermit fürs Zwecken wollte. Aber okay. Das finde ich eigentlich auch noch ganz gut. Also wie gesagt, mit so Kugelschreiber zu zeichnen, ist überhaupt nicht meins. Das liegt mir halt einfach nicht. Genau, habe ich Porträts geübt. Einfach so random. Sukrobus. Oh ja, da weiß ich auch noch. An diesem Tag habe ich mich mega down gefühlt. Und dann habe ich halt halt ihn so traurig gezeichnet und so. Auch mit einem zerbrochenen Herzen und so was. Ja. Das war wieder ein Politikunterricht. Und genau, sie erkennt man ja so ein bisschen. Aber Merkel erkennt man so gar nicht. Und dann habe ich meine Freundin gefragt, so ja, erkennt man, wer das sein soll? Und sie so, nö. Und dann habe ich einfach hier rüber geschrieben, wählt die Aliens. Hier ist wieder ein Stillleben. Das finde ich auch noch ganz schön. Das war wieder so random. Und hier habe ich meine Klassenkameradin gezeichnet. Und sie hatte eigentlich so richtig schöne, lange, wehende Haare. Und eines Tages kam sie halt zur Schule und hatte ihre Haare komplett abrasiert. Also wirklich komplett. Und sie hatte an diesem Tag so eine Schleife um den Hals. Und ich hatte keinen Bock, ihr Gesicht zu zeichnen. Deswegen habe ich halt die Schleife über die Augen gemacht. Wieder ein Stillleben. Wieder irgendwelche random Sketches. Eine Illustration, die ich für Instagram damals gemacht habe. Aber ich weiß halt auch nicht mehr genau, was ich damit bezwecken wollte. Hier habe ich halt versucht, so ein bisschen 3D-mäßig zu sein. Also, dass man halt quasi sich eine 3D-Brille aufsetzt und das kommt einem so entgegen. Aber es hat halt da auch nicht so funktioniert, wie ich wollte. Aber es sieht auch ganz nett aus. Vor allen Dingen, sie finde ich auch geil. Und das war auch von Pinterest. Das finde ich aber auch immer noch gut. Und das waren Tattoo-Ideen, die ich für einen Bekannten machen sollte. Und es hat mich so ein bisschen deprimiert, dass er quasi gesagt hat, ja, mach das mal bitte für mich. Und dann habe ich ihm das geschickt und dann hat er sich nie wieder bei mir gemeldet. Das fand ich so ein bisschen schade. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum ich keine Tattoos mehr für umsonst Design habe. Das ist halt echt... Ja, hätte ich mir das halt auch sparen können, ehrlich gesagt. Genau, nochmal Uhr-Werke. Die fand ich auch so mega schön, diese Uhr. Random in den Augen. Hier habe ich wieder eine Seite rausgerissen. Ich weiß nicht, was da los war mit mir. Aber eigentlich ist das ein optimisches No-Go, finde ich. Also egal, wie hässlich die Seiten werden und so, man kann sich halt immer noch so ein bisschen zurück da erinnern, wie man halt früher gestanden hat, wenn man diese Seiten einfach drin lässt. Deswegen würde ich es keinem raten, Seiten aus dem Skizzenbuch rauszureißen. Genau. Und hier, das habe ich auch häufig gemacht in meinen Skizzenbüchern, dass ich Eintrittskarten hier am Ende reingeklebt habe. So, das war es mit meinem Skizzenbuch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es werden auf jeden Fall im Nachhinein noch ein paar mehr Skizzenbücher kommen, denn ich habe sehr viele. Und wenn ihr mich hier auf meiner Reise auf YouTube begleiten wollt, dann folgt mir doch einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!